Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Last Cars Eternia Fun-Server. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, Kommandante und Popenian zu killen. Ja, ähm, oh, wenn's man nicht bangen würde hier. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch tun. Ich hoffe mal, die Folge wird nicht zu lange gehen. Zumindest versuche ich's. Entschuldigung, Mikrofon. Meine Fresse. Dass das Fliegen immer so backen muss, ist abnormal. Ja, ähm. Los, los, fliege, 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 fliege. Fliege. Oh, meine Fresse. Jetzt mal im Ernst. Das packt doch schon wieder viel zu dolle. Zumindest ist das Fliegen. Und ja, ähm, was gibt's zu erzählen? Ja, ähm, ich werde heute noch ein Video hochladen von vier Spielen, das jeweilige Intro. Und ihr könnt entscheiden, welches Video, welches Let's Play ich machen soll. Ich werde das in Anschluss von, ähm, also, wenn ich's hochgeladen habe, in Anschluss von LC verlinken. Und dann wird's auch ein paar gucken. Und von, ähm, den Minecraft Let's Play werde ich's auch verlinken. Weil das gucken viele, weil da Minecraft da oben drüber steht. Und ja. Ähm. Ja, das werde ich da im Anschluss verlinken. Ihr könnt da ja mal gerne drauf gucken. Und gerne, ähm, positiven Bewertungen da lassen. Und, ja, ähm, ähm, oh Mann, ich bin der erkältet. So, ein Scheiß. Ja. Ähm, fällt mir jetzt noch mal was ein. Ähm, worüber kann man reden? Worüber kann man reden? Hm, worüber kann man denn reden? Über... Thema... Was für ein Thema. Ich bin am überlegen. Äh, ich könnte ja vielleicht auch einen Slender machen. Oder, nö, würde ich nicht machen. Nö, nö, Slender mache ich nicht. Da ja eh kaum wer guckt, also mache ich noch keinen Slender. Das mache ich erst später. Und, ja. Deswegen lohnt sich das noch nicht wirklich. Ähm, hier gut. Ich habe jetzt auch auf meinem Profil, ähm, eine Playlist erstellt. Von dem jeweiligen Spiel, also was ich als Play, habe ich jetzt eine jeweilige Playlist erstellt. Da könnt ihr ja auch mal gerne vorbeischauen. Würde ich mich freuen auf die Playlist. Und, ja, ähm, ich schaue hier jetzt mal Absorb rein und so, ja. Ähm, Attack Potion... Und Dings... Und da müssten die Poppineer ein Ziel sein. Dörte Poppineer. Ne, das sind sie nicht. Wartet. Die müssten hier doch irgendwo sein. Müssten wir gleich finden. Ich hoffe, die finden wir gleich. Die da? Ne, das sind Wicked Poppineers. Hier waren doch auch noch andere Poppineers, oder? Hast du das eingebildet? Muss ich denn überhaupt killen? Die Normalen, ja, oder? Die Namen sind auf Poppineers. Hier haben wir nur Wicked, Wicked, Wicked. Ich habe mir eigentlich sicher, dass die auch hier sind. Wicked. Poppineer, da haben wir sie. Genau. Pasch, doch, ist richtig. Ja, ähm... Ich werde jetzt eine Lilie reinhauen. Und, ja, oder? Wenn ich fest aufgeben, eine Lilie, oder... Ne, ich mache die beiden Quests fertig. Und dann, morgen haue ich eine Lilie durch. Also, die beiden Quests mache ich jetzt fertig. Auf der Hoffnung, dass die Zeit reicht dadurch. Damit ich morgen die Lilie durch... Aber ich habe jetzt Absorb reingemacht. Der läuft ja sonst ab, wenn du auf bist, glaube ich. Absorb läuft ab. Und dabei ist... Okay, da muss ich wohl doch eine Stunde aufnehmen. Ähm... Aber ich werde jetzt noch einen Part aufnehmen, der 18 Minuten lang geht, dass ich den anschließend hochladen kann. Sagen wir es einfach mal so. Oh, 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 oh. Drecksack. Ja, miss, 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 miss. Genau, schon klar. Ist mir alles bewusst. Ne, der Henry, der Poppinnier. Wenn, dann will ich schon die normalen Poppinniers haben. Ja. Ich hoffe an das Video über, dass ich mache. Und, ähm, ja... Dann werde ich, denke ich mal, äh... Ein bisschen versuchen, so eine kleine Little Big Sniper Montage zu machen. Von MW-3, da ich jetzt so drei Schüsse oder drei Heels oder sowas aufgenommen habe, die ich extrem bearbeiten werde. Auf der Hoffnung, es gefällt euch. Beziehungsweise werde ich es erst mal machen. Wenn es mir gefällt, lade ich es vielleicht hoch. Ähm, ja, wird jetzt nicht so das Brüller-Ding, würde ich mal sagen. Es wird ein kleines Ding, weil ich ja, ähm... Ich will ja mal ein bisschen dran arbeiten und vielleicht klappt es ja so einigermaßen. Oder vielleicht. Aber ich habe ja noch keinen Ton aufgenommen, also müsste ich ja noch, ähm, Ton reinhauen für den Sniper Schuss und dann passt es. Müsste ich hinkriegen, kein Problem. So, ähm... Poppinniers, poppinniers. Ich höre mal die anderen, greifen wir uns nicht an. Ja, okay. Klappt alles soweit. Klappt alles soweit. Wir haben 4 von 30. Kommandante wird nochmal so ein richtig assi-Ding, ey. Der ist übelschwer. Aber den werden wir schon irgendwie schaffen, den Kommandante. Wir haben ja Medi-Tränke und ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich dafür Igni-Fall mache. Wenn, dann mache ich nur Igni-2-Fall, würde ich mal sagen. Ja, damit wir den mit Skils runterdrischen. Jetzt so meine Voraussetzung. Oder doch mit Auto-Hits und Voraussetzung. Aber ich weiß es noch nicht. Jetzt müssen wir erst mal Voraussetzung droppen. Das ist wieder eine andere Sache. Drop erst mal Voraussetzung. Ja, hier haben wir eine Inzunetti-Box. Hier haben wir ein Bloody Mesh-N-Potion. Glaub ich, dass die Bloody Mesh-N ist? Ne, Short-Office-Potion. Genau. Ähm... Wet Punch-Material. Hier haben wir noch ein Pappenier. Zack, zack, zack. Wund-Tresor. Hier haben wir ein Schwert. Den müssen wir leider klatschen, obwohl ich nicht gerade Bock darauf habe, den zu hauen. Ähm... Wet Punch. 201 KK. Und boom! Pappenier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wing of Fear. Wing of Fear. Nicht Wing. Wing. Ähm... Pappenier. Oh, boom! Zack, zack, zack. Zack. Boom, baby. So, dann machen wir's noch so. Dann machen wir's noch so. Dann machen wir's so. Zack, zick, zack. Tippe die, zapp. Und du bist tot. Und... Zip, zapp, zip. Du bist auch tot. Du wicked Pappenier. Zack. Boom. Oh, gemisst. Ups. War nicht so ganz geplant. Ja, wir haben noch die KB5-Waffe. Minus 10. Dann misst man halt mal ein bisschen als NS. Zeit, das 148 sind, dass ich versuche, eine andere zu plössen. What the fuck? Autsch. So, wir sind die Wollan. Juhu. Zah. Oh, schon wieder müssen wir, wie sau. Na, nun kill die nochmal. Oh, dummes Gemisse, ey. So, verkaufen wir jetzt mal ein paar Waffen und Rüstungsteile, damit wir wieder Platz haben. Oh, das war die Plus. Ne, das war die ohne Plus. Gut. Endlich bin ich ja fast vertan. So, haben wir jetzt wieder ein bisschen was verkauft und können weitermachen. Wenn wir hier Pappeniers finden, da oben ist schon wieder einer. Auf der Hoffnung, wir treffen mal wieder oder müssen immer noch weiter. Was, wann, ich hab doch F4 gedrückt. Oh, meine Fresse. So, dann drücken wir den jetzt, auf der Hoffnung, dass es trifft. Nein, Mist, natürlich. Nicht anders zu erwarten. Jetzt müssen wir wieder mit Auto hier 10 Stunden lang. Machen wir mal Illusions-Aura. Mal ein bisschen Krit hier rupen. Ja, schon besser. Schon besser. Püffel mit Wun. Grundsteine immer gut zu gebrauchen. Da haben wir noch ein Pappenier. Wir haben schon 17 von 30. Das ist doch was. Und BÄM. 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 Eternia Incinity Box. Das haben wir drinne. Salamander-Parschen. Die schon wieder abgelaufen ist. Yeah. Na. Meine Fresse. Na, nun treff doch mal. Ist doch nicht wahr hier. Meine Fresse. Boom. Spast. Und BÄM. BÄM. Zack. Ist auch tot. Eternia Incinity. Und oh, was wir hier nicht alles kriegen. What the fuck. So, der ist schon wieder abgelaufen. Also. Verstehe ich nicht. Manche bleiben, manche laufen ab. Total sinnlos. Und BÄM. Oh, genau jetzt ist Incinity abgelaufen. Ich werde doch Incinity 2 schaffen. Und PÄM. Und PÄM. Ja, genau. Haben wir mal wieder gemisst. Wie es üblich ist. Zack. 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 Müssen wir weiter und weiter und weiter. Und wir müssen nochmal. Und jetzt haben wir mal getroffen. Wow, wir sind gut. Wir haben mal getroffen. So. Ähm. Der geht nur auf die Eier. Hier machen wir mal auf. So, die lassen uns in Ruhe. Den killen wir mal schnell. Nicht mal One-Hit. Aber okay. 30. Ah, 23. So rum. Und. Äh. Was? Wo ist er denn? Zack. Zack. Oh, was die nicht schlucken, Alter. Die halten übel viel aus. Die weakten Dinger. Nein, ist verrecke. Ja, ne sicher. Da müsste es auch noch. Letzten Schlag müsste das Ding auch noch. War doch irgendwie zu erwarten. War doch irgendwie wieder zu erwarten, dass sowas passiert. Warum aufregen? Und schon wieder gemisst. Yeah. Das macht Spaß zu missen. Und. Bam. Ja, wen ist mal getroffen? Jetzt. Wenn ich mal von Teufel spreche. Wen ist mal getroffen. Wen ist mal gemisst, sagen muss man ja so. Boah, Ewigkeit. Wir sind bestimmt mal ganz vorne gelaufen. Okay, nicht ganz. Wir haben ein Dirty. Lass uns in Ruhe, Wicked. Bam. Und gemisst. Oh, doch nicht. Mal getroffen. Uh. Jetzt müssen wir aber. Zack. Was habe ich gesagt? Wir müssen. Jetzt wieder. Oh, ne. Doch nicht. Okay. Wir haben mal wieder getroffen. Boah. Aber wie wir gemisst haben. Shake. 28. Eternia in Zinetti Box. Yeah. Ihr Inventory ist full. Oh. Das ist nicht gut. Okay, dann verkaufen wir mal wieder. Ein bisschen was. Hey. Ja, die kann man auch verkaufen. Oh, das ist 150er. Lassen wir mal dran. Oh, scheiß auf die Hose jetzt. Verkauf ich doch eh niemals. Also. Kack drauf. So, jetzt müssen wir IGNI-2-Fall machen für Kommandante. Den war eh tot müssen werden. Aber was ich dafür holen will, ist auf jeden Fall, äh, Dings. Brauch ich ein paar, ein paar, ein paar. Oh. Epic. Ja, da ist sicher, die stehen alle drei aufeinander. Machen die Erfolgsversammlung oder was? Ja, und ich habe den Fall. Prima. Prima. Und auf dem Fallschlanger und wie ich drauf stehe. Yo, rup dem G, Pussy. Und wir müssen auch noch. Yeah. Wann natürlich am meisten Spaß hier zu missen. Oh, yeah. Oh, yeah. Komm, miss, miss, miss. Ja, der hat getroffen. Leiste immer tot. Sternen will ich nicht. Ganz im Ernst. Bäm. Wooden-Fraise-Punch-Hoffen. Ja, geil. Das ist ein bisschen, das Hammer. Wuhu. Yeah. Ich stehe aus ein bisschen. Oh, schade, wir haben getroffen. Es ist schon ein Schlafvorteil hier zu treffen. Boom, boom, oh. Jetzt haben wir mal getroffen. Wunder. Und gleich geht es wieder ein bisschen los. Passt auf. Da fängt es schon wieder an. Was habe ich gesagt? Geh, Mist. Oh, geil. Gleich wieder ein Stehpol an der Hose. Weißt du was? Und wir müssen gleich wieder. Passt auf. Und wir müssen genau jetzt. Oh, wir haben getroffen. Oh, das war Skype, mein Handy. Oh, 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 oh. Tut mir leid. Tut mir leid, wird nicht angeschrieben. Oh, oh, oh. So, ähm, wir haben Wet Punch und Armor. Okay. Jetzt ist noch nur noch Kommandante klatschen. Na holla, die Weidweh. Na holla, die Weidweh. Wenn das mal ins Auge geht. Aber volle Möhre geht das ins Auge. Kriegen volle Ene verbrummt, die ich hier schon komme. Ja, sonst müssen wir da hinkommen. Mit unserem Low Speed. Aber wir können ja fliegen. Fly, fly, fly. Gleich werden wir zurückgesetzt. Fly, fly, fly. Gleich werden wir zurückgesetzt. Oh, das ist ein Teil noch. Brasilienflagge. Ne, will ich nicht reinhauen. Äh, zacke, 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 boom, boom, boom. Zacke, 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 boom, boom, boom. Oh, 6 LC Stunden. Ah, 20 Minuten. 6, 12, 18, 14, 16, 12. Ne, 15 Minuten. Okay. Also nehme ich schon ungefähr 16, 17 Minuten auf. Passt. Passt doch. Oh, was habe ich gesagt? Wir werden zurückgesetzt. Ich wusste es. Ich habe so gewusst, dass wir zurückgesetzt werden. Oh ja, die Mobmenge hier. Es macht natürlich viel mehr Spaß, hier durchzufliegen. Wenn so viele Mobs hier sind, dann kriege ich gleich nochmal einen extra Kick hier durchzufliegen. Also auf der Hoffnung, wie wirst du getroffen und schürfst dadurch. Aber na ja, die Mobs müssen halt nur. Es macht halt dann keinen Spaß. Na ja, was müssen wir auch noch machen. Oh. Schade, hätten wir jetzt Glück gehabt, wenn er so außerhalb gestanden hätte. Die Frage ist, wo steht er? Hallo. Hallo. Da hinten, der Störber. Der dreckige Pole. So irgendwie hoch durchkommen. Haben wir es geschafft? Man, wir sind gut. Wir sind richtig gut. Ach du Scheiße. Okay, wenn wir Glück haben, locken wir den auf sich, locken wir den vor. Natürlich mit ein bisschen locken wir den natürlich direkt nach vorne. Also, da verfolgt er uns gleich auch Schritt und Tritt. Da müssen wir ja auch nichts mehr machen. Oh. Ey du, tu mir mal einen Gefallen. Bleib stehen. Ich will nur den Dicken da haben. Dich will ich nicht. Das ist denn nicht öppig. Öppig. Komm so. 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 Komm so, Papa. Komm so, Papa. Fein, hast du das? Fein, hast du das? Komm, komm. Put, put, put. Hier kriegst du leckerchen. Kriegst du leckerchen? Kriegst du 5 Euro? Und da haben wir doch ein wenig gefunden. Du hast es fein gemacht. Es ist schön, die da herlaufen wie ein Beklopter. Kriegst du auch zwei Kekse dafür? Aber du, ich muss ja was sagen. Jetzt musst du leider stehen bleiben. Ich muss ja völligens vor der Ommel wummern. Aber volle Mimöse. Das überlebst du nicht. Und der hält ziemlich viel aus, die Dreckssnecke. Okay, jetzt muss man rennen, dass die Dreckssnecke sich nicht heilt. Sonst hätten wir ein klitzekleines Problemchen. Fick dich! So, der darf sich nicht... Ich dachte schon, der ist sich auch voll. Der ist voll. Der Homo ist voll. Warum ist der Homo voll? Weil das ein Homo ist. Genau, genau. Yeah, so macht Kommandanten natürlich mehr Spaß. Alles andere auf der Welt... Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So kann man Kommandanten 10 Mal am Tag kloppen. Wenn er so ein DMG ruppt... Steht sogar... Der Schief... Ey, was ist denn der Dreck? Kannst du nicht mit dem hier in der Zaun oder was? Ich muss mich eigentlich total verarschen. Lol, was geht denn jetzt ab? Wieso Kiefer ist hier nicht tot? Epic? Äh, ja, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Ähm, ich denke, ich würde irgendwie 5 voll machen. Und ja, ähm, ich lade den Part jetzt so hoch ohne den. Und ich glaube, den nächsten Part, wenn ich irgendwie 5 von Worldwarner habe. Lol, hatte ich ja noch nie auf irgendeinem Server, dass er wieder so schnell voll geht. Naja, man zieht sich. Ciao.